Okay, geht weiter. Black Eyes Bevel. Richtig. Für Didi ist schon wieder scheiße. Aha, komm. Krookie-Bande! Ey, komm, dieses Spiel, ey. Ich bin so froh, wenn das nächste, was danach kommt, ey. Da bin ich wirklich hoffentlich froh drauf. Oh, das war knapp, ey. Der wartet unten, ne? Ich glaube, ja. Ich hab wieder Legs. Mega-Lack. Ja, du hattest auch einen roternicht. Was, die waren... Die waren zu zweit, ne? Ja, die waren ineinander, die Spassen. Ja komm, ey, das muss doch hier machbar sein. Ja, es sieht nicht so schwer aus, wie es so sein scheint. Jetzt kannst du mich auch über die eine da werfen. Ja? Was dahinter ist, vielleicht ist da schon das Bonus-Fass und dann... Nein. Du warst an! Der Affe! Ey, der hat die ganze Zeit nicht geworfen, was ist... Naja, der hat nur gewartet. Ja, der hat nur gewartet. Was, ey, diese Lost-Welt hier, ey. Ja. Sack! Das ist eine Spezialität hier. Äh! Äh! Da! Oh nein! Oh nein! Nein! Oh, die kommen... Ja! Du darfst dich nicht mit runternehmen! Ja, sag mich mir das! Das ist die, die denn nicht fliegen kann! Ich find mich draus! Ich hab viel dabei gedrückt! Ey, wir haben auch lange nicht mehr gespielt. Das muss man jetzt... Das darf man jetzt nicht vergessen. In bestimmten Monat oder anderthalb... Ja! Boah. Boah. Ja. So. Aber nach Dings, nach Dicke, Karula, King Karula ja fertig. Das stimmt. Danach hab ich geschlafen, glaub ich. Kann ich gar nichts mehr machen. So, soll ich es trotzdem versuchen? Ja, gibts Leben. Guck mal. Nein. Nein. Das haupt uns Leben. Spring auf ihn drauf. Ich versuch's doch die ganze Zeit, Mann. Okay, wir haben eins gewonnen. Jetzt echt? Ja. Jetzt schnell. So. Jetzt wirft er auf einmal. Bitch. Boah. Boah. Oh. Oh. Ja. Ja. Nimm die, das sieht schwieriger aus. Oh oh. Oh oh. Der leck mich. Ja das sollte kein Problem sein. Nein! Der hat mich genutzt! Nein! Nein! Der hat mich gemaust, ey! Ja, gemaust! Zack, zack, ey, war's weg! War hier nicht ein Fass, ja doch! Drei Bananen, ey! Hast du das best oft gesehen, ja, oder? Es ist ja aber voll gut! Ja! Da wusste ich, dass ich der Tiger bin, ey! Ja! Aber gut! Eigentlich, ey, das Level von sich ist ja nicht schwer! Nein! Wenn ich so das Reifen-Level betrachte... Ja, das ist eigentlich das erste Level, das Reifen-Level. Bei Lost World. Hm. Ähm... Ah, ist ja nicht immer da der Erste oder das Le... Was ist das? Ey, weißt du, da hat Dixie einfach einen großen Vorteil! Das kann man jetzt mal nicht absteigen! Ja, nix, ey, nix! Ja, sicher! Das ist ja einfach ein Grund, weil die... ... fliehen kann! Nerven aus Stahl braucht man da! Ja, und Ruhe! Es reicht mir! Alter! Ja! Nee! Ja, nee! Ja, ist nicht so einfach! Oh mein Gott! Es geht einfach nicht mit Dini! Dini ist das Spiel unschaffbar! Ja, ja! Scheiße! Ich hab'n Plan jetzt! Ja? Mhm! Ich würde das gerne schaffen! Was ist das einfach? Hm? Was ist das einfach? Was ist das wartet auch der Typ hier auf uns? Alter! Ey, ist einfach scheiße! Es liegt da so an, dass er... So, ich geh nämlich jetzt hier an! Boah! Ah! Ah! Siehste! Da kann man auch noch oben hin! Ja, das interessiert mich jetzt noch mal nicht! Ja, mach ich nachher dann! Da war schon das G! Das G! Oh! Nein! Schade! Lauf! Tja, ihr Sucke! Da ist das Ende! Da war bestimmt das Ende, ey! Ja! Ey, flieg doch einmal anders! Ja, das haben wir aber sicher in der Tasche, das Level! Ja, das sieht nicht so schwer aus! Im Gegensatz zu anderen Dingen! Guck mal, wir haben sogar noch neun Minuten! Ne, doch! Jo, jo! Fahr'n wir locker! Du bist! Mhm! Jo! Ja! Muss ich uns noch mal bezahlen! Ja, klar! Hehehe! Kiosk Hä? Wieso bist du jetzt dabei? Hast du gerade auch schon dabei? Ja Ok, dann hab ich nichts drauf geachtet Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass es hier kein Vorteil ist Ist kein Vorteil? Ja sicher Guck mal wie hart das ist Jeder wird dir das sagen, dass es ein Vorteil ist Ne, ne, ne Nicht mit mir, ey Ey Sicher Du musst ja überhaupt nicht aufpassen, ey, wenn du da über dem fließt Ich muss aber so kleine Löcher springen Und nur zwei Leben abgreifen, wenn der andere uns keins klauen würde Ja, ich weiß Aber ich lass es Ja, lass es, das macht ja keinen Unterschied Ja Da war ich ein bisschen zu langsam Da hab ich richtig recht, ey Ah Ich dachte, jetzt kommt die Libelle, Mann, ey Libelle, ey Ja Ja Nein Kam erst viel, viel später Oh, echt? Hätte ich nicht gedacht Ja Ja Wo weiß es doch Ja Oh, und dass ist Du Ja Und Ein ins Du Ja Ja, so gut wie. Ne, dann sind wir so oft gestorben, dass wir über alles so wissen. Und dann ist auch kein Problem mehr. Jetzt steht mal kurz hin, ich muss jetzt kurz gucken. Ah, ok. Bin ich gestorben? Jo. Hä? Oh! Nein! Alter! Diese Drecking-Schweine. Das war nicht nett. Ne, war so. Warum, ey? Ich hab keine Ahnung. Guck, er kommt mit. Ich hab so lange durchgehalten. Wo die Dings, wo die Dings. Was willst du? Wenn das Bonusadreste ist, musst du das nicht nochmal machen. Mach die Scheiße drauf. Ja, du kannst ruhig drauf scheißen, das stimmt. Ah! Ohohohoho. Nein! Oh, scheiße. Oho. Wie mach ich das am besten? Ich hab keine Ahnung. Das hat nicht geklappt. Ja, bl 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 bl. Wack. Das geht gar nicht. Okay. Pfff. Das geht gar nicht. Pfff. Jetzt. So, bleib geschmeidig. Ohoho. Häääh. Ja! Häh. Häh. Ja! Häh. Häh. Di-di-di-di-di! Yeah! Geil! Und jetzt? Jetzt geht's wieder raus und in die nächste Welt! Ja, du musst! Achso, deswegen ist er auch immer frei jetzt! Ah! Verstehste? Mhm. Fliegen ist frei! Jetzt kostet doch Zwei! Ah, lass ich es! Di-di-di-di! Wir machen dann gleich einfach n'n Schnitt, wenn wir dann Münze gesammelt haben. Oh! Unser Lieblings Münz- Sammelllevel! Hä? Ah, ja klar, cool. Ja, aber ohne einen zweiten Charakter bringt mir das nichts. Oder war hier irgendwo? Ja, irgendwo wird wohl fast sein. Boah, skill. Ja. Nicht jeder drauf. Helmo. Helmo, Helmo. Let's go, let's go. Go. So, jetzt gehen wir einfach in das Level hier. Dann kriegen wir nämlich gleich noch eine Münze. Wenn wir nicht draußen sind, dann ist die Münze ja wieder da. Das ist klug. Pass auf. Da. Dran hängt es hier in. Unig-Schlecker-Level hier. War das das Schwierige? Weiß ich gar nicht. So. So, raus. Zweichern. Ja. Ups. Das ist nicht richtig. Na, da unten ist der Speicherpunkt. Ah. Mach mal gleich am Anfang. Erstes Level hast du schon. Ja. Diese alte Geiz-Oma, ey. Ja, aber echt. 80%. Mhm. So, dann können wir auch einen Schnitt machen, oder? Ja, machen wir jetzt auch. Bis gleich. Oder später. Oder wann. Irgendwann. Ja. Ja.